Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Diskussion. Nummer 2 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Familie diskutiert lebhaft über das Abendessen und entscheidet sich für Pizza. Die Familie diskutiert lebhaft über das Abendessen und entscheidet sich für Pizza. Die Familie diskutiert lebhaft über das Abendessen und entscheidet sich für Pizza. Im Zoo lauschen wir einer lustigen Diskussion unter Affen über die beste Klettertechnik. Die Kinder diskutieren begeistert über ihre Lieblingsmärchen und Geschichten. Die Kinder diskutieren begeistert über ihre Lieblingsmärchen und Geschichten. Die Kinder diskutieren begeistert über ihre Lieblingsmärchen und Geschichten. Während des Spaziergangs haben wir eine lebhafte Diskussion darüber, welche Blumen wohl die schönsten sind. Während des Spaziergangs haben wir eine lebhafte Diskussion darüber, welche Blumen wohl die schönsten sind. Während des Spaziergangs haben wir eine lebhafte Diskussion darüber, welche Blumen wohl die schönsten sind. In der Klasse gibt es eine heiße Diskussion darüber, wer der beste Fußballspieler aller Zeiten ist. Beim Basteln haben die Kinder eine kreative Diskussion über die schönsten Farben. Beim Basteln haben die Kinder eine kreative Diskussion über die schönsten Farben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.